Borussia Mönchengladbach hat sich in der Bundesliga nach einem holprigen Start gefangen und geht mit neuem Selbstbewusstsein in die Winterpause. Vier Spiele in Folge blieb die Mannschaft von Gerardo Seohane ungeschlagen. Ein Aufwärtstrend, der Fans und Verantwortliche gleichermaßen hoffen lässt. Doch trotz der positiven Entwicklung ist klar, wenn die Borussia in der Rückrunde dauerhaft oben mitspielen möchte, muss die Defensive gestärkt werden. Besonders in der Innenverteidigung sieht der Verein offenbar Handlungsbedarf. Zwar bilden K.O. Itakura und Nico Elwedi eine solide Achse, doch Verletzungsanfälligkeit und mangelnde Tiefe im Kader bereiten sorgen. Die Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Roland Wirkus sondieren deshalb den Markt und ein interessanter Name taucht immer wieder auf, Kevin Dix vom FC Kopenhagen. Der indonesische Nationalspieler, der seine Wurzeln in den Niederlanden hat, scheint perfekt ins Profil der Borussia zu passen. Mit 28 Jahren bringt Dix reichlich Erfahrung mit, unter anderem aus 17 Champions-League-Spielen. Seit 2021 trägt er das Trikot des dänischen Meisters und hat sich dort schnell als unverzichtbarer Stammspieler etabliert. Besonders attraktiv macht ihn seine Vielseitigkeit. Dix kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenpositionen oder sogar im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Ein Allrounder wie er könnte Gladbach die nötige Flexibilität verleihen, um auch bei Ausfällen stabil zu bleiben. Ein weiteres Plus. Dix Vertrag in Kopenhagen läuft nur noch bis Juni 2025. Das bedeutet, dass er spätestens im Sommer ablösefrei wechseln könnte. Doch möglicherweise ist ein Transfer schon im Winter realisierbar für eine überschaubare Ablösesumme. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 4 Millionen Euro. Ein Betrag, der für Gladbach angesichts der Wichtigkeit der Position durchaus im Rahmen liegt. Interessant ist, dass Dix bereits im vergangenen Sommer ein Thema bei der Borussia war. Damals kam es nicht zum Transfer. Doch nun scheint das Interesse neu entfacht zu sein. Laut Transferexperte Florian Plettenberg steht der Name des Indonesiers erneut ganz oben auf der Liste. Was ihn so interessant macht, ist sein Profil, seine Erfahrung und die Tatsache, dass er ablösefrei auf den Markt kommt, erklärt Plettenberg. Natürlich bleibt die Frage, ob Gladbach sich tatsächlich für Dix entscheidet. Der Wintertransfermarkt ist bekanntlich schwierig. Und Dix ist nur einer von mehreren Kandidaten, die geprüft werden. Doch angesichts der aktuellen Kadersituation scheint klar, Borussia braucht Verstärkung. Und ein Spieler mit Dix-Qualitäten könnte die Defensive stabilisieren und gleichzeitig neue Optionen bieten. Was denkt ihr? Wäre Kevin Dix die richtige Wahl für Gladbachs Innenverteidigung? Oder sollte der Verein in eine andere Richtung schauen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.